Mit diesen Tipps sparen Sie Wasser im Haushalt. Wie oft, denken Sie, wird Wasser unnötig im Haushalt verschwendet? Wir geben Ihnen Tipps, wie einfach es sein kann, Wasser einzusparen. Duschen Sie sollten die Dusche der Badewanne vorziehen. Bei einem Bad verbrauchen Sie ca. 140 Liter Wasser, beim Duschen ist der Wasserverbrauch deutlich geringer. Spülen Wenn Sie Besitzer einer Spülmaschine sind, dann verzichten Sie auf das Handspülen. Abwaschen verbraucht wesentlich mehr Wasser, als eine Spülmaschine. Obst und Gemüse waschen Früchte müssen nicht einzeln unter fließendem Wasser gewaschen werden. Befüllen Sie stattdessen eine große Schüssel mit Wasser und legen Sie das Obst hinein. Anschließend können Sie das benutzte Wasser zum Blumengießen verwenden. Spülwasser mehrfach verwenden Beim nächsten Wohnungsputz könnten Sie weniger dreckige Flächen, wie Gläser, zuerst putzen. Das übrige Wasser kann dann für schmutzige Pfannen oder zum Wischen des Bodens verwendet werden. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020